Landwirtschaft, ein schwieriges Thema, habe ich mir gedacht, als ich am letzten Freitag die Arena gesehen habe und dort auch Markus Ritter. Ich war erstaunt, wie viel er gewusst hat, ich war erstaunt, wie ruhig er geblieben ist, ich war erstaunt, wie viel gescheide und fähige Landwirte es auf der anderen Seite hatte, sprach die Damen. Ja, jetzt sind auch der Name und auch der Herr nicht, aber ich habe immer gemeint, die verstehen auch noch ein bisschen etwas von Landwirtschaft, aber nachher war ich mehr unklar als klar. Es ging dort um die Produkte, wie man Landwirtschaft überhaupt betreiben kann, ob man jetzt ein Produkt unterstützt, ob man Direktzahlungen wieder kürzen etc. und so weiter. Und weil alles so kompliziert ist und weil wir ja dann, und da muss ich ja sagen, Markus Ritter ist cool geblieben, aber irgendwann einmal hat er einem Informatiker gesagt, ja, wollen wir Bauern überhaupt noch? Und das ist ja auch eine gewisse zentrale Frage. Und der Verstander hat er auch gesagt, es wäre prekär, wenn wir Direktzahlungen nochmal kürzen würden. Das ist jetzt mal durch den Nationalrat, obwohl das Budget abgelehnt worden ist, muss ich sagen, die Aufnahme passiert am 2. Dezember. Da kommt jetzt natürlich dann nochmal das Budget. Aber weil es so kompliziert ist, fangen wir vielleicht jetzt einfach einmal von vorne an. Bei mir eben der Markus Ritter. Ihr wisstet, er ist Bauern in Salzstetten, aber ein bisschen in der Höhe. Er hat dort über 30 Hektar, hat zwei Mitarbeiter, arbeitet dort mal selber mit. Er ist meistens im Büro, ist jetzt bei mir im Studio. Ja, Markus Ritter. Zuerst mal die Frage, also du Bauern bist noch? Wir haben einen Betrieb mit unserer Familie, die wir gemeinsam bewirtschaften. Führen meistens die Frau, meine Frau Heidi, wenn ich nicht oben bin, haben zwei Mitarbeiter, eine Praktikantin auch und gemeinsam auch mit den Buben, wenn sie zu Hause sind. Da müssen wir sie bewirtschaften. Die älteste Tochter ging ins Bankwesen, oder? Ein Sohn ist etwas Landmaschinenmech dran. Das ist richtig. Die Tochter ist jetzt 21, die arbeitet auf der Regionalbank, ist in der ersten Weiterbildung. Und beide Buben wollen nächster anfangen mit der landwirtschaftlichen Ausbildung. Er ist mit der zweiten Ausbildung nach der Lehre als Landmaschinene-Mechaniker und der zweiten mit der ersten Ausbildung. Jetzt besprichst du das zu Hause einmal auch, oder? Was haben sie nach der Arena gesagt? Ja, sie haben geschaut. Für sie war da etwas hektisch. Arena ist natürlich eine Sendung, die sehr intensiv ist. Sie haben das Gefühl, das wäre auch sehr kompliziert teilweise, aber sie schauen da immer mit Interesse. Du hast knapp 30 Hektaren Land, glaube oder? Du hast über 26 Kühe. Das ist richtig, ja. Und was für ein Kontingent hast du denn da? Von welcher Milchkontingent reden wir da? Ja, heute reden wir nochmal von einem Kontingent. Wir haben einen Vertrag von rund 170'000 Kilo Biomilch, die zum Mokerei Biedermann auf Bischofszell geht. Dann haben wir ein wenig Jungfeeaufzucht, ein paar Hochstamm-Obspäne, ein paar Schäufe, ein paar Kabine, also ein sehr vielseitiger Betrieb. Und du bezeichnest auch Direktzahlungen, oder? Das gehört dazu, ja. Weisst du, warum das ist eine Frage? Ja. Ich habe den Landwirtschaftsschülern nach der Arena am letzten Dienstag noch ein bisschen vorgespielt. Dann haben wir die gesagt, ja, der Bauernkönig, habe ich gesagt, also das Ent vom Bauernverwand, das ist Salzstädter zu Hause. Und es braucht Direktzahlungen heute für die Landwirtschaft. Dann fragt einer, ja, reden darum, damit es nicht mehr etwas dient. Also Direktzahlungen sind für alle Bauern heute natürlich wichtig, sicher im Berggebiet und auch für die Alpen noch wichtiger als im Talgebiet. Das ist heute ein sehr wichtiger Einkommensbestandteil. Es sind aber überall, das gesehen, nicht der grösste Teil der Einnahme. Es sind etwa 10 Milliarden von den Produkten, die wir jährlich einnehmen und etwa 2,8 Milliarden aus der Direktzahlung. Das ist etwa ein Viertel der Gesamteinnahme, die die Landwirtschaft hat. Auf das alles kommen wir noch, oder? Das war die Divergenz in der Arena. Oder Rudi Norser hat gesagt, Grenzschutzkür dazu sei. Er hat vom Landwirtschaftsamt gesagt, dass Grenzschutzkür dazu sind auf 8 Milliarden oder die überhaupt dann gleich staatliche Mittel wären. Also, ja, du sagst nach wie vor, es sind 2,8 Milliarden. Ja, es gibt natürlich noch weitere Beiträge, die dazu gehören, die 2,18 Direktzahlungen. Dann haben wir Marktstützung, vor allem beim Käsebereich, das ist sehr wichtig, weil der Grenzschutzabbau ist. Das macht etwa 400 Millionen Euro aus. Und dann haben wir noch im Berggebiet die Strukturverbesserungen für die Albgebäude, für die Strassen, aber auch wenn im Berggebiet Stell gebaut werden, das macht pro Jahr etwa 160 Millionen Euro aus. Und dann hat jemand einen Käse gezeigt? Einer, der 95 Rappen pro Liter generiert? Ja, das wäre ein fröhliches. Es gibt auch genische Produkte. Ein Schüler hat mir gesagt, es sei ein Kammer, aber er ist ein Ausländischer. Ja, es war ein Weichhäs in Zürich Oberland, wo er selber noch etwas Beteiligung war. Da habe ich natürlich gefreut, wenn es dieser Produkt geht. Aber es sind Nischenprodukte, wo relativ wenig Milch in diesem Bereich auch verwertet werden kann. Und was ist sonst der Liter Milch? Ja, da haben wir sehr grosse Differenzen heute. Der Milchmat ist heute sehr heterogen. Also, wir haben für Graiererzen, die Etimoane, das sind sehr gute Produkte, wo es gute 80 Krabben gibt. Aber wir haben auch Molkereimilch, wo es nur 50 Krabben gibt. Also, da ist die Differenz heute sehr gross. Wir haben vor allem das Problem im Bereich der Molkereimilch. Emmental ist auch ein Produkt, das schwierig ist, das in den letzten Jahren auch immer wieder auf dem Markt im Absatz Probleme hatte. Also, da ist die Spannbreite sehr gross. Aber der Molkereimilch-Bereich sind die Preise heute nicht mehr kostendeckend. Und wie wir auch sehen, wir sind hier zu Grabs, das ganze Leit neben dran. Da hatten wir eine Emmental-Käserei, wo ja den Bauern normalerweise Milch nicht mehr abliefern konnten. Die Käserei gibt es nicht mehr. Also, angestammter Emmental, da tut sich etwa mal schwer da. Ja, das Problem beim Emmentaler ist ein bisschen, man hätte die Marke als Emmental nie so schützen können. Es gibt Emmental in der Schweiz, wo geschützt ist. Aber Emmental wird halt überall etwas produziert in Europa. Und dadurch ist es ganz schwierig, diesen Käse auch zu positionieren, auch auf den internationalen Märkten, auch in der Schweiz, den Mehrwert auch zu erzielen, den er verdient hat. Also, der Emmentaler ist sicher ein Produkt, das es im Moment nicht einfach hat. Und dann, wenn man z.B. einen Käse oder 95 Graben generiert, ist das vielleicht eben ein Weichkäse, den man vielleicht zum Schluss von 100'000 Kilo rät, oder? Also, hat auch kleine Nischen, oder? Ja, das ist richtig. Es sind relativ kleine Mengen, es sind sicher sehr erfreulich. Wir produzieren etwa 3,3 bis 3,4 Milliarden Liter pro Jahr in der Schweiz in der Verkehrsmilch. Und dann sind das natürlich relativ kleine Mengen, die erfreulich sind, wenn es diese gibt. Aber der Gesamtmilchmatte ist natürlich viel, viel grösser. Nur, damit man sich das vorstellen kann, wie viel Milch hast du jetzt im Jahr? Eben, wir haben etwa 170'000 Kilo, die wir abgeben. Mit den Kühen 26? Mit rund 26 Kühen. Wir haben relativ gutes Grundfutter, praktisch alles eigenes. Wir haben Heu, wir haben Grässeile, wir haben eigener Mais, wir machen auch Gräswürfel, die sind sehr gut. Wir probieren möglichst viel mit eigenen Futtermitteln zu machen, also wir kaufen fast nichts zu. Ihr habt gemerkt, es ist sehr kompliziert. Der Ex hat jetzt mal so gefragt, die Offen können nicht überall draus. Wir fangen jetzt mal ganz langsam von unten her an. Hat es denn irgendwann mal eine Zeit gegeben, wo ein Landwirt hätte Bauern und mit den Produkten leben können können? Grundsätzlich haben wir natürlich eine Agrarpolitik, die sehr lange auf Produktepreise ausgerichtet ist. Das Landwirtschaftsgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg ist 1951 in Kraft getreten und dort hat eigentlich der Staat versucht, Mengen zu bestimmen und auch Preise zu bestimmen. Das ist aus der Zweiten Weltkriegserfahrung herausgekommen. Denn der Staat davon ausgegangen ist wichtig, die Bevölkerung jederzeit auch mit diesen Produkten zu versorgen, die der Staat für Richtungen anschaut. Das Landwirtschaftsgesetz hatte einen sehr langen Bestand, bis etwa 1999. Innerhalb dieser Zeit konnte man auch gewisse Produkte nicht so einfach importieren. Wenn man hier genug hatte, konnte man diese nicht importieren. Da gab es einen Schutz, oder? Der Grenzschutz war nach aussen. Der Staat nahm im Inland auch entsprechende Massnahmen zur Stützung der Preise unter. Das hat dazu geführt, dass der Staat gesteuert wurde. Das war nicht sehr einfach, um sich zu verändern, gewisse Flexibilität zu haben. Das wurde dann geändert. Und wie ist das geändert? Was ist nachher passiert? Es kam 1996 der neue Verfassungsartikel. Man sagte, die Landwirtschaft muss sich auf den Markt ausrechnen. Es ist wichtig, dass wir schauen, was die Konsumenten wollen. Es ist auch entscheidend, dass wir nicht alles gleich machen in der Schweiz. Die Landwirtschaftsgesetzgebung wurde auf das ausgerechnet. Heute richtet sich die Schweizer Landwirtschaft an den Konsumentenbedürfnissen aus. Die Preise bilden sich am Markt und die Direktzahlungen geltend die Gemeinwirkungen ab. Aber das ist eigentlich ein Auftrag, den der Staat der Landwirtschaft gegeben hat. Das ist richtig. Zuerst einmal die Bevölkerung. Wir haben den Verfassungsartikel 104. Dort steht genau die Landwirtschaft. Sicherere Versorgung. Genau. Die Pflege der Kulturlandschaft ist wichtig. Die Biodiversität ist wichtig. Aber auch die dezentrale Besiedlung. Hinter uns ist der Grabsenberg auf dem Bild. Das ist natürlich etwas, das auch die Bevölkerung gesagt hat. Wir wollen auch, dass das Berggebiet weiter gepflegt wird. Das ist zum Beispiel auch ein Teil des Verfassungsauftrags. Genau. Wenn wir jetzt genau hinter dir schauen, vielleicht eher die Gamsenberge. Ja. Aber da hätten wir nicht. Das sind totaler Grabsenberg. Auf das kommen wir noch. Aber eben, das ist natürlich ein eindeutiger Auftrag. Du hast gesagt, einen Markt ausrichten. Aber wenn du als einzelner Landwirt mit 30 Hektar, und natürlich vom Morgen früh nach Abend arbeiten musst, wie kannst du den Markt ausrichten? Wichtig ist, das kann man nicht alle oder nicht jedes Halbjahr machen. Es gibt ganz wichtige Phasen offener Betriebe, in denen man entscheiden kann. Bei den Betriebsübergaben ist der eine. Und bei den Investitionen. Und da wirst du also gut beraten? Ja, da ist wichtig, dass man sich dann, wenn man investiert, auch informiert, welche Produkte die nächsten Jahre gefragt sind. Will man im Bereich Milch oder Fleisch? Oder ist man vielleicht im Pflanzenbau tätig? Oder will man im Bereich, weil man irgendwo bei Kleintieren etwas macht? Mal schauen, welche Märkte, welche Absatzkanäle sind da? Wie sind auch preislich die Aussichten die nächsten Jahre? Es gibt zum Beispiel Bereiche, die heute sehr gut laufen. Zum Beispiel der Pullenbereich oder die Eier sind erfreulich. Oder die Schöfe haben sie in den letzten Jahren gut entwickelt. Oder auch der Biomark hat sie sehr erfreulich entwickelt. Und dann ist es wichtig, dass man schaut, wo hat man Interesse, wo hat man Freude, was kann man mit dem eigenen Standort und mit den eigenen Fähigkeiten machen. Und das ist eben dann wichtig, wenn man einen Betrieb neu übernimmt oder wenn man auch investiert, dass man schaut, woher man will. Aber eben, dann investiert man aufgrund dieser Beratung. Und wenn sich das dann noch erkehrt. Also ich frage jetzt einfach nur so, oder? Wir haben ja auch Landwirtschaftsvertreter natürlich in Grabs Heufe. Wir haben ja auch gewissen Kontakte unter Bauernverband. Ich weiss nicht mehr. Es war dann ein 80er-Jahr. Man hätte ja zum Beispiel, glaube ich, mal empfohlen, man müsse mit der Milch die eigenen Kälber mästen. Die, die es dann gemacht haben, haben noch ein wenig Kontingente bekommen. Diverse Bauern haben sich eben auch beklagt, sie wurden schlecht beraten oder sie wurden entsprechend gut beraten, sie wurden aber noch kurz gekippt, haben investiert. Und dann war die Grenzgrundlage weg, weil vielleicht ein Liter Milch von 80 auf 50 gesoffen ist, oder? Man muss natürlich den Bauern keine Vorgaben machen, in welchem Bereich man investieren soll. Das ist sehr stark abhängig, wo ein Betrieb liegt, auch wie die Absatzmöglichkeiten sind. Entlang der Autobahn hast du andere Möglichkeiten, als wenn du irgendwo im Kantor Graubünden zu haben, oder im Tal bist. Dann musst du schauen, dass eben auch die Produkte effizient verkaufen kannst. Das ist wichtig. Die Formatung macht in der Nähe von einer Stadt mehr Sinn, als irgendwo neben draussen. Und das muss jeder Betrieb heute sehr individuell entscheiden. Auch nach der Möglichkeit, vielleicht kann ich einen Vollerwerbsbetrieb haben, braucht es einen Zu- oder einen Nebenerwerb. Und da braucht es Entscheidungen, wo jeder Landwirt als Unternehmer individuell fällt. Diese Entscheide können wir keinem Bauern abnehmen. Aber wir können etwas beurteilen, wie entwickeln sich die Rahmenbedingungen, wo gibt es mehr oder weniger Chancen. Aber ich meine, du hast natürlich eine landwirtschaftliche Lehr- gemacht, eine Ausbildung und hast natürlich mal Wirtschaft studiert. Das kannst du nicht von jedem Landwirt erwarten. Dass du das kannst, glaube ich auch. Und dass Benidur zum Beispiel gesagt hat, die 70'000 Kontingente verhackert einem Nachbarn über den Kanal durch und baut Werden oben auf. Das glaube ich auch. Aber was ist denn der normale Landwirt, wie ich zum Beispiel wäre, der keine Wirtschaft studiert hat? Ich glaube, dort geht es, wie es mir auch in verschiedenen Bereichen geht. Wenn ich in einem Bereich sage, oder gerade auch bei Investitionen, dann ist wichtig, dass man sich gut beraten tut. Es gibt die Landwirtschaftliche Betriebsberatung, die ist sehr gut aufgestellt bei uns im Kanton St. Gallen. Man kann sich aber auch orientieren, natürlich auch bei Absatzorganisationen oder bei den Verarbeitern oder bei Handelskanälen gibt es die Möglichkeit zum Investieren, gibt es die Möglichkeit zum Vertrag zu machen. Und da ist natürlich jeder Unternehmen gefordert, wenn er einem einen Ort irgendwo Fragen hat, sich auch Hilfe zu holen, sich beraten zu lassen. Dann mache ich übrigens auch in sehr vielen Bereichen, in denen ich auch neue Wege gehen muss. Da muss ich auch Leute suchen, die dann dort Spezialisten sind, die auch mit denen diskutieren können. Jeder Bauer auch so, wenn er eine Entscheidung fällt. Hast du einen Freilaufstall? Wir haben noch einen Abänderstall. Hast du schon vier, fünf Mal auf verändert? Die Brücke zu wenig lang, die Krippe zu wenig hoch. Ja, wir haben natürlich auch den Abänderstall immer wieder aufgebaut. Aber das kostet alles, oder? Ja, das kostet alles. Aber das konnten wir alle auch relativ gut machen. Und dann wollen die Junioren einmal nach Sendt-Montieren auch wieder entscheiden, in welche Richtung es geht, wenn sie in die Gebäude investieren wollen. Und in welche Richtung es geht, das ist dann wieder eine Entscheidung. Wir reden jetzt schon miteinander. Und es ist sehr wichtig, dass auch eine nächste Generation bereits da ein bisschen mittragen kann. Aber wenn man sagt, es würde alles in der Landwirtschaft viel besser gehen, man könnte auch mit wenig Direktzahlungen auskommen, wenn wir unternehmerisch denken, dann ist das etwas, was man zwar sagen kann, aber relativ schwierig ist, es zu aussetzen, oder? Es ist nicht so einfach in der Schweizer Landschaft. Uns das grösste Problem sind die hohen Kosten. Und Landwirtschaftsbetriebe arbeiten ja mit extrem viel Kapital, das gebunden ist. Wir haben viel Boden, den wir selbst bewirtschaften wollen. Teilweise gehört er uns. Wir haben Maschinen, wir haben Stellen, wir haben relativ viel Inventar, das dazugehört. Und da ist viel Kapital gebunden. Und da muss ein Entscheid sehr gut überlegt sein, weil das Kapital muss sich ja auch wieder amortisieren. Und das macht es eben sehr anspruchsvoll in der Schweiz, um auch mit den Produkten, die wir haben, sie sind höher als im Osten, aber die Kosten sind auch viel höher, um auch noch ein Einkommen zu erwirtschaften. Was kostet so einen Stall? Also einen modernen jetzt, für deine 26 Kühe? Ja, wenn wir einen neuen Stall bauen wollen, es hat immer noch, je nach Ausbaustandard, 17'000 bis 20'000 Fr. pro Platz. Und wenn man 20'000 Fr. rechnet, ist man schnell bei 26 Kühen bei über einer halben Million Fr. Und dann hast du erst einen Stall. Du brauchst noch Maschinen, den Boden, das Inventar, alles, was dazugehört. Also da bist du sehr schnell bei Investitionen von deutlich über eine Million. Ja, und dann brauchst du noch einen Transporter, der über 100'000 Fr. kostet, ohne dass überhaupt etwas dran ist. Oder wenn alles dran ist, bist du vielleicht bei 200'000 Fr. Ja, also die Mechanisierung ist sehr tief, vor allem dort im Berggebiet, wo man mit Transporten arbeiten muss. Wir arbeiten noch mit Traktoren, die sind noch etwas günstiger. Du jetzt auch? Ja, wir können noch mit Traktoren Doppelrad, Allrad arbeiten. Bei uns geht auch noch. Diese Mechanisierung ist noch etwas günstiger, weil Traktoren natürlich dann mehr können ab den Stangen auch produziert werden. Diese Mechanisierung ist etwas günstiger. Transporte sind wirklich extreme Spezialfahrzeuge. Dann brauchst du noch 2 Axtmaier dazu. Also das ist sehr teuer im Berggebiet die Mechanisierung. Und eines auch von den Problemen. Weil es im Berggebiet die Mechanisierung so teuer ist, ist es auch schwierig, um eine gute Einkommen zu erwirtschaften. Das Einkommen, das, was man gezeigt hat, stimmt die Ungefahr. 16 Fr. Stundenlobby, so 1'600 Fr., 3'480 Fr. pro Monat. Also ein bisschen über 40'000 Fr. Das stimmt pro Arbeitskraft. Das ist richtig. Also die Zahlen wären da oben vom Bund aufgrund von Stichproben. Das ist keine positive Auslesung mehr, wie früher. Das sind die durchschnittlichen Einkommen, die einem Bauern gezielt, wenn er jahrelang 2'600 Std. arbeitet, über die ganze Schweiz gesehen. Wenn es dann klappt mit dem Hof, oder? Ja, das ist da, wo man zuerst übernehmen kann, die Investitionen. Aber das ist da, wo jemand durchschnittlich aus der Landwirtschaft keine Wirtschaft. Jetzt haben wir gesagt, der Staat hat zuerst etwas anderes gemacht, also mit Einführzöllen und so weiter, Produkte gestützt und so weiter, sind Direktzahlungen gekommen. Was ist das aus deiner Sicht besser? Also, Direktzahlung war so, einmal war es doch noch so, dass es eine Grenze gab. Wer über 200'000 Verdienste hatte, hat noch nichts mehr bekommen. Das ist die höchste Grenze gefallen. Ja, bei der letzten Agrarpolitik hat man die Einkommen zur Vermögensgrenze abgeschafft, weil die Überlegung war, man will die Leistung zahlen, in der Biodiversität, Ressource-Effizienz oder all das, was wir bringen. Und dort will man nicht eine Beschränkung machen, dass jemand eben noch ein Einkommen oder vor allem ist das Nebenteinkommen der Frau ein vielfaches Problem gewesen, dass das dann bei der Direktzahlung eine Ausigkeit sind. Und dort, man sagt, man will die konkrete Leistung abgelten. Ja. Aber was ist jetzt besser? Ist das vorher besser oder das jetzt mit der Direktzahlung besser? Das ist sicher das, was besser funktioniert. Ja. Heute gelten wir die nicht marktfähigen Leistungen, die aber im öffentlichen Interesse sind ab. Das ist sehr wichtig, eben gerade der Bereich Landschaftspflege, Biodiversität. Dort gelten wir mit Direktzahlungen ab. Und auf der anderen Seite tun sich die Produkte und auch die Produktion an den Bedürfnissen des Konsumentes orientieren. Und ich denke, das ist der richtige Weg jetzt. Der richtige Weg. Wenn wir das dazu hören, dann denke ich mir, es ist doch nicht gar so schlimm um unsere Landwirtschaft. Wir haben uns einfach ein bisschen zu denken gegeben, das ist schon lange her. Es hat ja kein Zuchtgebiet, das ist das Berggebiet. Dann sind die Ausmerzbeiträge gesoffen und gesoffen und gesoffen. Das Fleisch hat man längere weniger bekommen. Auf einmal hat das Tal auch angefangen mit der Aufzucht. Manchmal hat man gedacht, okay, der Artikel 104 sei es war, ein abgängigeres Gebiet zu bewirtschaften. Aber man muss dann das Geld auch noch für das bekommen, etwa für die ganze Mechanisierung. Wenn ich sehe, was zum Beispiel so ein Hydrostat-Transporter kostet, ohne es etwas dran ist usw. Also du sagst, mit diesen Direktzahlungen ist so etwas, dass man das gut macht und alles ausnutzt, ist so etwas möglich? Ja, wichtig ist schon, dass man die Maschinen etwas auslasten kann. Ich denke, auch sehr teure Maschinen lohnen sich auch, um überbetrieblich zu arbeiten. Ich denke, im Berggebiet, wenn es weh, nebeneinander sind, lohnen sich auch, da zu diskutieren miteinander. Du machst das zum Teil? Ja. Wir haben auch die Lohnunternehmer zusammen, also der Teil Ackerbau, den ich mache. Ich habe noch zwei Hektar Mais und zwei Hektar Brotweizen, da macht man aber dann der reine Ackerbauliche Teil. Und ein Kollege, der hier unten die Maschine hat, ich habe zum Beispiel auch einen, der jetzt bei uns meistens beschüttert tut, der geht heute mit Lohnunternehmen so effizient, der lohnt sich nicht, um diese Spezialmechanisierung selber zu haben. Und ich denke, so muss jeder selber den Rang finden, kann er vielleicht mit dem Nachbarn etwas machen, kann er seine Maschine besser einsetzen. Da ist es ganz wichtig, dass man die Kosten probiert, hier auch etwas zu senken. Kann man so etwas sagen, von welcher Summe Direktzahlungen redet man denn, bei einem durchschnittlich auch von 30 Hektar? Ja, also man muss vielleicht den Durchschnitt, wenn man es über die ganze Schweiz, über alle Betriebe anschaut, sind da rund etwa 53'000 Franken, die ein Betrieb Direktzahlungen hat. Es ist aber ein riesiger Unterschied zwischen dem Berg- und dem Talgebiet. Ein Gemüsebaubetrieb hat vielleicht zwei Prozent von seinem gesamten Umsatz an Direktzahlungen und im Berggebiet oben drei, vier, wenn du dann einmal 15, 16, 17, 100 Meter hast, dann kann das 60, 70 Prozent sein von dem, was du erlösen hast. Also da gibt es riesige Unterschiede, insbesondere zwischen Tal und Berg und auch zwischen der Produktionsrichtung. Also ob du eher Tier, Gemüse oder Spezialkulturen hast, dort ist es dann bedeutend weniger. Also ist schon eine individuelle Ausschüttung oder könnte man es noch individueller machen? Es ist ja auch gesagt, dass ein gewisser Betrieb fast zu viel übermacht, zu wenig individuell, oder? Also heute ist es sehr differenziert. Also jeder Betrieb wird wirklich extrem selber angeschaut. Es sind sehr viele Programme, die möglich sind. Es ist sehr kompliziert das ganze System. Und da ist wirklich jeder Betrieb wird sehr, sehr spezifisch eben auch bei den Direktzahlungen berücksichtigt, über die Programme, auch eben die Lage, die er hat, auch über entsprechende Bewirtschaftungsmethoden. Also da wird sehr differenziert angeschaut, das ist fast kompliziert. Und da musst du alles dokumentieren? Also Bote, Protokoll etc. und was du alles machst, wird alles dokumentiert? Ja, also ich habe riesige Orten voll entsprechende Grundlagen, Protokoll, Planungen, Nachweise. Also da musst du sehr viele bringen. Und dieser Tag, ich habe ja jedes Jahr 1-2 Kontrollen, da muss man selber die Formulare und die Grundlagen und auch die Auskünfte, die man jeweils dem Kontrolleur geben muss, da musst du also durchsehen. Durch den ganzen Betrieb durch wissen, was, wo, wie passiert, was hast du da gemacht. Da kannst du also nicht irgendjemand anderen die entsprechenden Kontrollen mit dem Kontrolleur die Diskussion führen lassen. Aber über das meine ich ja. Also weisst du, ist das wirklich für jeder Landwirt, der jetzt wirklich Herzblut hat für die Landwirtschaft, überhaupt mal machbar? Es ist sehr schwierig geworden. Es ist sehr schwierig geworden. Also rein die Fassung von diesen Daten, die Bewirtschaftung von diesen Daten, wenn sich nicht dann wirklich sehr tief mit denen befasst, oder sich manchmal auch etwas schwer zu tun, gerade auch mit solchen Grundlagen, ist sehr schwierig geworden. Also für einen ganz wirklichen Bauern, der jetzt nicht speziell Freude hat, ist es sehr anspruchsvoll geworden. Viele gehen gerade auch im EDV-Bereich, holen jetzt Hilfe, die bieten wir auch an, dass es Unterstützung gibt, gerade auch auf dem Bauernverband Kantons in verschiedenen Bereichen auch zur Unterstützung geboten, dass sich Bauern gegenseitig helfen können. Und die Hilfe, die kostet dann viel, oder ist die unentgeltlich, oder wie ist denn das? Man muss ein paar Franken zahlen, aber für diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen, ist es trotzdem günstig, dass eben auch entsprechende Direktzahlungen, die es uns gut haben, auch auslösen können. Haben wir jetzt eine neue Generation von Landwirten? Also nicht mehr die, die sagen, die Hilfe holen wir nicht. Ich meine, ich begreife das natürlich, als mein Nachbar natürlich Bauern nicht hat, wo er das Rossi eingespannt hat, oder Schwaderecht, und so weiter, wo man Heufutter von Hand abgeladen hat, und es gekriegt hat, hat man geschöchelt, oder kainzelt, und so weiter. Ich meine, der hätte so etwas, das war ein sehr intelligenter Mann, aber hätte so etwas natürlich, was sich schwer tut, schon mit Computern, allem drumherum. Haben wir jetzt eine neue Generation von Landwirten, die sich mit dem weniger schwer tut? Also haben wir Leute, die mit dem System auch wirklich umgehen können? Ich denke, die Landwirtschaft kann mit dem umgehen, hat auch die letzten 20 Jahre auch müssen lernen. Es ist wichtig, dass natürlich jeder Betrieb für sich selber entscheidet, wie viele Programme mitmachen will. Ich glaube, heute ist die Differenzierung nicht zu ob, sondern zu viel, dass er mitmachen will. Auf unserem Betrieb, wir haben einen Bio-Betrieb, da haben wir sicher sehr viele Programme, die am Laufen sind. Wir machen fast wie alle Programme mit, auch Biodiversität, viel Qualität, zwei ressourceneffiziente Landschaftsqualität, also sehr viele Programme, wo wir aktiv dabei sind. Aber da muss jeder selber entscheiden, wie weit er sich da beteiligen will. Und das sind auch die Nische, wo man ein bisschen Geld holen kann bezüglich der Direktzahlung, der Biodiversität, oder? Man muss aber auch eine Leistung bringen. Ja. Aber wir haben auch im Altschitten Berge, da haben wir sehr viele Flächen, die natürlich eine unheimliche Vielfalt an Blumen haben. Die haben wir dann auch so. Haben die noch? Ja, da haben wir sehr viele Trochenstandorte, Trochenstandorte, wo die Sonne hergeht, wo dann wirklich nicht gedüngt sind, wo sie sehr steil sind. Und das sind wie Blumengärten, Blumenwiesen, wo dann dann unheimlich viele verschiedene Pflanzen wachsen, wo auch dann entsprechend Kleintier drin sind. Und die haben wir dann nach dem 15. Juli und die Leute haben die Freude und das dann eben sehr individuell bewirtschaften. Das lohnt sich auch. Also IP, dann integrierte Produktion, oder wie wir eben so sagen? Also grundsätzlich die Qualität in der Biodiversität kann jeder anbieten, der eben auch die IP konventionell oder auch Bio hat. Und wir haben eben solche Flächen, wo bei uns natürlich schon viele vorgekommen sind, einfach so weit gepflegt. Jetzt haben wir die AP 1417, oder? Das hat nichts mit Militär zu tun. Das wäre der AMP, also die Agrarpolitik 1417. Aber jedes Jahr tut man sich wieder schwer in der Landwirtschaft. Das wird im Nationalrat jedes Mal wieder diskutiert. Und gerade die Biodiversität steht ja immer und immer wieder zur Diskussion, oder? Jetzt, wo vielleicht das Parlament ein bisschen rechts rückt, ohnehin ein bisschen mehr. Überhaupt alles, was mit Natur zu tun, tut sich schwer. Also geht das jetzt so weiter? Man plane drei Jahre voraus, etwas strategisches erörtert und jedes Jahr kommt wieder irgendetwas ein Schuss. Ja, hinter. Nein, die Bauern erwarten vor allem auch Stabilität in der Agrarpolitik. Aber die ist nicht vorhanden? Ja, wir hoffen jetzt, dass es etwas besser wird. Wir haben jetzt über 20 Jahre praktisch alle vier Jahre Reformetappen gehabt, auf gesetzliche Ebene. Jetzt haben wir grundsätzlich die ersten vier Jahre der AP 1417 in Störung. Jetzt geht es weiter in vier Jahre. Es gibt nur in den Verordnungen gewisse kleinere Anpassungen. Aber wir arbeiten auch darauf her, dass wirklich Bauern Stabilität und eine gewisse Investitionssicherheit haben. Das ist sehr wichtig. Und wir sehen auch, dass gerade die Umsetzung einer dieser grossen Reform auch Zeit braucht. Du bist wirklich ein Optimist. Du hast es genau angeschaut. Du hast auch kein graues Hörchen. Du nervst dich nicht, oder? Wie viele Prozent Landwirte haben wir in der Schweiz? Wir haben noch 53'000 Betriebe. Wenn man die Mitarbeiter zurechnet, wenn man die Familie, die mitarbeitet, aber auch die, die vor allem in den Spezialkulturen, Gemüse, Obstbau und Reppbau sind, haben wir über 160'000 Menschen in der Landwirtschaft in der Schweiz. Und alle anderen verstehen etwas von Landwirtschaft? In der Schweiz versteht jeder etwas von Landwirtschaft, weil er davon betroffen ist. Aber die 160'000 sind am wenigsten. Ja, das möchte ich nicht sagen. In der Politik hat man manchmal das Gefühl, oder? Jeder ist ein Spezialist in der Landwirtschaft. Jeder konsumiert Nahrungsmittel, Lebensmittel konsumiert. Jeder geht wandern. Jeder ist einmal auf den Alpen. Jeder hat eine Meinung, ob die Kühe oder keine Hörner haben sollen. In der Schweiz ist jeder noch etwas mit der Landwirtschaft verbunden. Das ist auch gut so. Aber Nerven braucht es schon. Ich spreche es noch einmal an. Einer sagte, der Informatiker hat man die Frage zugestellt, wenn man Bauern überhaupt noch ... Die Bildung muss man versieren. Genau, wenn man Bauern will. Hast du das Gefühl, man will Bauern in der Schweiz überhaupt noch? Oder nicht, wenn es kostet dann nicht mehr? Wichtig ist, dass man immer wieder erklärt. Was die Landwirtschaft für Leistungen erbringt, wo alles damit zusammenhängt. Nicht nur die Landwirtschaft selber, sondern auch die ganze Kulturlandschaft, den Tourismus, damit man auch die Biodiversität sieht. Das ist ganz wichtig. Und dieser Auftrag heute leben drei Viertel der Menschen in der Schweiz leben die Städte, die urbanen Gebiete. Und dieser Auftrag, dass man immer wieder erklärt, von den Schülern bis zu den Erwachsenen, dass man immer wieder erklärt, was wir machen müssen, warum es die Landwirtschaft wichtig ist. Das ist heute ein Urauftrag. Aber die Leute, die in der Städte leben, gehen einmal ins Ausland, gehen in die Ferien, sehen, wie es dort aussieht. Wenn sie wandern wollen, fahren, sehen sie, wie es da rumwuchert. Das sieht bei uns auch so aus, oder? Ja, es wird schnell einwachsen. Wir haben jetzt schon das Problem, gerade so, in der Alpine Gebiete jedes Jahr verwaltet 1400 Hektar, vor allem mit den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis. Die Landwirtschaft zieht sich immer mehr zurück im Berggebiet, macht man etwas Sorgen. Und das ist auch das Problem vom Strukturwandel. Jeder Bauernbetrieb, der aufgeben wird im Berggebiet, bedeutet auch, dass ein kleiner Teil der Fläche verwaltet. Weil einfach weniger Leute hier sind, die arbeiten, und die, die noch arbeiten, bewirtschaften dann vor allem die schönen oder schöneren Flächen. Und da strecken Geissen weg, jetzt müssen sie das wieder bewirtschaften, damit es die Landwirte nicht mehr. Würden wir dann wahrscheinlich nicht mit 16 Fr. pro Stunde die Leute dort beschäftigen, oder? Um das wieder einzukriegen? Nein. Und wer verwaltet ist, bleibt verwaltet. Die 1400 Hektar, die einwachsen, da wird niemand mehr zurückholen. Und da muss man einfach davon ausgehen, überall, wo du die Landwirtschaft aufgehst, da ist noch ein Entscheid, da bleibt noch ein Wald. Die Landwirte sind natürlich kein Landschaftspfleger, aber sie pflegen die Landschaft auch. und da müssen wir vielleicht nochmals sagen, wirklich zu einer günstigen Stunde. Also, man hätte wirklich davon 16 Fr. pro Stunde. Das ist richtig. Also, da muss niemand um diesen Preis machen. Und alle, die das Gefühl haben, irgendjemand anderen günstigen, sollte das einmal durchkalkulieren. das ist so. Die Bauern leben ja schon sehr bescheiden, aber es braucht eben halt eine recht gute Infrastruktur, dass man überhaupt die grösseren Flächen noch bewirtschaften kann. Und dadurch hast du einfach hohe Kosten und dadurch Druck auf die Einkommen. Wenn 80% der Bauern keine zweite Säule haben, 80% der Bauern keine zweite Säule, dann macht man auch ein bisschen Sorgen, gerade im Malten. Das ist eine grosse Herausforderung. Und da muss man sehen, dass die Landwirtschaft riesen Leistungen bringt für die Schweiz und auch für das Bild der Schweiz nach aussen. Meine Frau hier filmt, sie hat verschiedene Geschwistern, nebst die anderen sieben Brüder. Sieben Brüder, ja. Einer hat die Landwirtschaft 50 Hektar gelerbt, aber leben kann er von dem her nicht. Er hat keine Familie. Er geht sonst noch arbeiten. Und der Opa, der pensioniert war, hatte dort 700 Euro Pension. Also laufen wir auch unter Umständen dieser Situation entgegen. Ah ja, der Ertragswert, muss ich sagen. Für die 50 Hektar hat er über 5'000 Euro bekommen. Also es geht in eine ähnliche Richtung in der Schweiz. Wir haben noch 53'000 Bauernbetriebe. Von diesen 53'000 Betriebsleuten sind die Hälfte über 50. Und von denen sagen wiederum die Hälfte, ich habe keinen Hofnachfolger, der nachkommt. Also wir werden die nächsten 15'000 Jahre weitere 15'000 Betriebe verlieren. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Die Betriebe werden dann auch grösser. Das ist eine logische Folge davon. Aber es ist auch so, dass die Betriebe natürlich weniger Leute haben, die darauf arbeiten. Das wird nicht einfacher. Die Belastung wird auch grösser von den Betrieben, die bleiben. Und vor allem im Berggebiet gibt es auch extremen trocken. Dass eben immer mehr muss geschaffen werden. Ich rede ja für eine kurze Vegetationszeit. Weniger Leute, die auch auf der Alpen arbeiten. Es wird also nicht einfacher, die Leistungen, die wir heute bringen, aufrechtzuerhalten. Das heisst, wenn ich richtig rechne, pro Jahr durchschnittlich 1'000 Betriebe weg? Richtig. Das ist momentan etwa die Ausgangslage. In der Schweiz? Ja. Und wie wird denn das aufgefangen, die Arztprodukte gemacht worden ist? Die Flächen werden meistens verteilt auf andere Betriebe. In der Algenbiet kannst du vielleicht auch mit einer grösseren Mechanisierung, einer grösseren Schlagkraft bringen. Im Berggebiet ist es nicht so einfach. Wir haben jetzt einen Betrieb mit rund 28 Hektaren und müssen die Flächen sehr intensiv bewirtschaften. Ich rechne alle so. Ich habe etwa 6 Hektar im Talgebiet und hier rechne ich auch etwa viermal mehr Arbeit im Berg um die gleiche Fläche zu hohen oder zu silieren als im Talgebiet. Zuerst gehst du mit dem Motormaier und dann noch mal mit dem Rucksackmaier rausmaieren und dann irgendwann kommst du noch mit dem Maiwerk und dann musst du mal rechen, das Zeug reinrechen. Aber du musst es nachherrechen. Ja, oder mindestens ausser hinein, dort wo du nicht fahren kannst. Überall hast du Randflächen, du hast Böter, wo es einfach Handarbeit braucht und im Berggebiet ist das einfach sehr anspruchsvoll. Bist du denn auch einer dieser Landwirte, der das ganz genau macht? Jedes kleines bisschen hier ausmahen und machen? Aber das ist der Ehrgeiz von den Landwirten? Ja, wir schauen schon noch gut zu den Flächen. Wir haben sicher Flächen, die wir erst nach 15. Juli mähen. Aber was wir mähen, machen wir ganz exakte wie Lohnungen, weil überall ganz saubere Flächen wird dazu. Wir haben sicher Flächen, die dürfen auch länger stehen. Aber wenn wir es machen, dann machen wir das Ganze exakt um den Betreiber. Meine Frau leitet hier grössten Wert auf. Aber schaffen sie lieber das selber noch? Ja, einfach mit den Mitarbeitenden und mit der ganzen Familie. Beziehungsweise ist es uns ganz wichtig, dass wir Ordnung haben. Also es ist keine Frau, die einfach hinten nachläuft und nachrechnet, wie es früher jemand war? Nein, meine Frau schaut, dass alles im richtigen Moment und mit der richtigen Maschine und Geräte macht. Und was das Büro machen zum Teil? Ja, das Büro mache ich auch bei uns. Das ist wirklich die, die das im Griff hat mit den Mitarbeitern. Aber sonst gibt es auch viele Bauernfrauen, die das Büro machen müssen. oder sie müssen lernen, oder? Ja, es ist natürlich immer eine Aufteilung. Auf dem einen oder grösseren Teil des Betriebs mache ich die Frau ein Büro. Wie soll ich das vielleicht lieber machen? Die Männer sind lieber da draußen. Da muss jeder Sehepaar selber herausfinden, wer hat wo seine Stärken und wer macht wo auch lieber. Dein Bruder ist Urist. Hast du nie bereit, das Landwirt, wo du bist? Nein, ich mache es natürlich mit Herzblut. Ich mache es gerne. Wir müssen immer einen guten Dialog zusammen. Aber ich bin auch der Natur ist, der gerne auch mit Tieren arbeitet. Ich habe Freude, ich bin mit Herzblut immer Bauer gewesen und freue mich auch wieder, wenn ich mehr Zeit habe später für die Landwirtschaft. Du bist jetzt wie lange schon im Amt? Das Präsident Bauernverband gab es gegen vier Jahre? Jetzt bin ich vier Jahre Präsident des Schweizer Bauernverbandes, bevor er acht Jahre Präsident der Zerkallen Bauernverband war. Ist das ein Job, wo du das Gefühl hast, du kannst der Landwirtschaft etwas bringen? Ich habe das Gefühl, wir können nicht wirklich sehr viel bewegen im Moment. Wenn ich sehe, die Landwirtschaft steht zusammen, geschlossen, sowohl im Schweizer Bauernverband, als auch im Parlament. Das ist also eine Freude. Und wir sehen, dass unsere Mehrheit immer grösser wäre. Der Zuspruch ist da, ihr Freude, wie sich da entwickelt. Ich bin wirklich das Gefühl, man kann etwas bewegen in dieser Funktion. die Bauernverband auch wieder einmal. Ich habe das Gefühl, es war eine Talsohle. Mit dem Verschwinden von tausend Betrieben hatte ich auch Leute, die als Kollegen waren, und ich dachte, sie würden das Leben an die Bauernverband eine Freude haben. Die haben aber zum Teil aufgehört. Ich will das niemand speziell erwähnen, aber die ganzen Bauern, die dann zum Beispiel gesagt haben, Junge, du pflege lieber das Grin auf dem Golfplatz, statt mir das ganze Zeug so anzutun. Also hast du das Gefühl, die Bauern haben wieder Hoffnung gefasst, dank dem Bauernbetrieb, dank der Unterstützung des Parlaments, dass es wieder ein bisschen aufwärts gehen kann? Es läuft in vielen Bereichen gut, weil momentan sicher sehr stark auf die Motivation drückt. Die Situation im Milchmarkt, die ist sehr schwierig nach wie vor, das haben wir schon am Anfang gesagt. Und das ist schon auch ein bisschen ein Fiebermeter in der Schweiz. Wir haben auch noch 20'000 Betriebe, die noch in der Milchwirtschaft tätig sind. Und viele Betriebe, für die ist es sehr schwierig. Und das drückt ein bisschen auf die Motivation. Und da sind dann auch viele Betriebe, die sagen, ich suche etwas anderes, dass sie etwas anderes machen. Ich sage aber auch, es ist richtig. Also wenn der Betrieb in seiner Situation nicht mehr zufrieden ist, dann soll er auch versuchen, sich auf dem Betrieb oder auch mit einer Produktion neu zu orientieren. Die Flexibilität braucht es. Also wenn der Markt nicht läuft und man nicht mehr überzeugt ist, dass man am richtigen Ort ist, dann soll man auch etwas Neues anpacken, auf dem Betrieb mit einer anderen Produktionsrichtung. V.a. in der Schweiz natürlich, wo man sich mit 50 Grappen sehr schwer tut, schon ins Ausland schauen und dort von 5 bis 27 Cent etwas sieht, oder? Ja, man muss mit unseren Kosten rechnen. Im Durchschnitt, im Talgebiet hat man Direktkösten, für Gebäude und Maschinen ohne die eigene Arbeit von 67 Grappen für die Produktion von einem Kilo Milch. Und wenn dann halt noch 50, 55 Grappen ist, dann kannst du einen Moment oder eine Weile machen. Aber irgendwann solltest du die Kosten wieder decken und für die eigene Arbeit etwas haben. Und in der Milchwirtschaft war das einfach sehr schwierig, die letzten Jahre. Dann müsstest du Kuhfläder zusammengrasen. Ah, zusammen machen. Das gibt dann natürlich noch Beiträge. Oder du wirst reich davon, nicht? Das ist sicher ein spezielles Programm, die Landschaftsqualität. Wir haben uns das nicht so gewünscht. Die ökologischen Leistungen, oder? Die Landschaftsqualität sind vor allem Leistungen, die darüber hinausgehen. Es sind spezielle Programme, die gefördert werden, bei denen man dann in der Landschaft etwas sieht, in der Phänomenologie hinausgeht. Dann hat die Gesellschaft und die Parlamente so wollen. Wir machen das jetzt. Und wenn irgendwer eine Frage hat zu diesen Programmen, zu irgendwelchen Massnahmen, dann verweise ich immer auf die, die das haben wollen, bei der SP oder bei den Gruen-Liberalen. Man sollte fragen, was der Sinn ist. Ich habe mir das nur noch einmal angeschaut, was man bekommt und was man einsetzen muss. Eine rentable Sache ist eigentlich kein eines dieser Angebote. Darum haben Sie das wahrscheinlich nicht unterstützt. Das hat mich vor allem der administrative Aufwand gefürgt. Das grosse Problem ist, bis du einmal erarbeitet hast, die Programme, die Projekte. Wir haben einen sehr vielfältigen Betrieb und wir machen auch mit. Und der Junior und ich hatten vier Stunden im Felde, um alles zu messen, um alles einzutragen, um alles zu erfassen. Wir haben zwei Stunden bei dem, der den IT-TV eingelesen hat. Es ist also sehr aufwendig. Der Kantor wird auch irgendwann einmal kontrollieren, aber dann muss es auch einen ganzen Tag kommen. Auf unserem Betrieb, der sehr viele Elemente hat, alles zu kontrollieren. Aber wir sollten einfach aufpassen, dass wir nicht immer komplizierter und aufwendiger werden. Der kostet Geld und ist schwierig. Der Landwirt sagte, es sei besser, Mäuse zu fangen. Für die Schwänzkelung ist je nach dem, wo du verkaufst, mehr rüber. Ja, Mäuse würden sowieso raus, wenn es dann alles angrabbelt. Aber dafür haben wir Katzen und Füchse und Mäusebussart. Heute haben wir bei unserer Region ein gut ausgewogenes Verhältnis zwischen Mäuse, Jäger und Mäuse. Die Landwirtschaft muss auch sehen, die ganze Ernährung kommt jetzt auch noch in der Nationalrat rein. Der Steinderrat und dann kommt der Nationalrat wieder dran. Die ganze Ernährung, die Sicherheit in der Ernährung, dass man wüsstet, wie es produziert wird, was man überhaupt auf dem Teller rennt, das ist auch etwas sehr Entscheidendes. Manchmal kriegt das in dem internationalen Feld in den Griff, dass man auch Schweizer Qualität nach wie vor produzieren und verkaufen. Ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten und mir auch persönlich ein grosses Anliegen. Wir wollen ja nicht nur für uns schauen, sondern auch für kommende Generationen. Darum haben wir die Erfolgs-initiative für Ernährungssicherheit ergriffen, der Nationalrat zur Annahme empfohlen hat. Jetzt hat der Ständerrat einen Gegenvorschlag dazu erarbeitet. Der Unterschied ist, wie gesagt, vor allem für die Schweizer Landwirtschaft ein zusätzlicher Auftrag. Der Ständerrat hat gesagt, nein, für die Ernährungssicherheit ist wichtig für unsere Landwirtschaft, aber die Verarbeitung, Handel und der Konsument können auch im Beitrag leisten, dass wir langfristig eine sichere Ernährung haben. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Der Ständerrat über den Gegenvorschlag habe mich gefragt, warum kam das zu Stand? Hat es zu wenige Landwirte? Ja, die Meinung ist, der Ansatz, der Bundesrat schickte ja schon in diese Richtung einen Gegenvorschlag in Vernehmlassung. Die Meinung war, dass alle, die beteiligt sind in der ganzen Kette, einen Beitrag leisten können. Verarbeitung, wo muss man schauen, dass auch die Nachhaltigkeit gewährleistet ist, der Handel, wenn es um Produktionsmittel und den Teil, die wir selbst produzieren können. und natürlich der Konsument. Heute wird über ein Drittel der Lebensmittel fortgeworfen. Und auch er kann einen grossen Beitrag dabei steuern, dass langfristig die Lebensmittel zur Verfügung stehen. Und da geht es darum, dass sich die ganze Kette engagiert in diesem Bereich. Gehen wir mal weg, rein von Landwirtschaft und vielleicht einmal zur Politik. Ich würde mich auch mal interessieren. Du sagst, es kommt wieder in den Nationalrat rein, das Budget kommt in den Mähenten rein. Wie einfach fällt dir das, dort in Bern zu politisieren? Ja, es ist eine spannende Sache. Wir haben sicher auch eine spezielle Funktion. Ich bin nicht nur in einer Fraktion, sondern natürlich auch über sehr viele Fraktionen hinweg, Mehrheiten zu bilden. Du bist ja in der Kommission Wirtschaft gelandet, oder? In der Wirtschaftskommission haben natürlich mit allen Bürgerinnen und Bauern von der SVP, FDP, BDP zu den Grünen einen sehr engen Kontakt, das EVP natürlich auch. Und dadurch hat man natürlich gerade einen langen Hebel, um auch etwas positiv zu beeinflussen. Manchmal staune, aber schon. Also, dass das Budget, nachdem es ja in Twitter diskutiert wurde, abgelehnt wurde, in der Gesamtabstimmung, hat mich sehr erstaunt. Und jetzt wird der Ständerat dann anschauen, und dann geht man nochmal darüber. Man lässt sich einfach nie zur Ruhe ausbringen, man lässt das gerne nie aufgeben und immer wieder einen neuen Anlauf nehmen, bis man am Ziel ist, bis man den Erfolg hat. Und wir gehen einfach nie auf und daher hast du am Schluss dann auch das Resultat. Eben, gerade beim Budget ist erstaunlich, oder? Es wurde abgestimmt, wenn wir noch einen gefragt haben, hätten sie auch nicht recht gewusst, warum sie es abgelehnt haben. Das ist auch ein bisschen speziell, nicht? Ja, also, die SP habe ich begriffen, weil sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Bei der SVP ist erstaunlich, weil man jetzt wirklich relativ viel Geld nahmen konnte gegenüber dem, was der Bundesrat beantragt hat. Dort habe ich erwartet, dass die Zustimmung kommt, aber man muss jetzt halt nochmal einen Anlauf nehmen. Es gibt nichts anderes. Aber die Direktzahlungen sind durch. Da kommt man jetzt nicht mehr drauf. Noch einmal. Im Altabstimmungen machen natürlich Erfolge. Wenn die Gesamtabstimmungen reinkommt, sämtliche Beschlüsse in den Detailfragen zu den einzelnen Konten sind hinfällig. Aha. Dann kommt alles aufs Neue wieder. Es kommen nochmals alle Minderheiten und Mehrheiten zur Abstimmung. Es wird eine ganze Diskussion in den Detail in Vietnam geführt im Nationalrat. Ja, das ist noch eine herbe Debatte in diesem Fall, unter Umständen am Montag. Am Montag kommt es in den Ständerat. Sie werden jetzt die Vorgabe machen. Der Ständerat wird abschliessen und dann werden wir noch auf die ständerötliche Fahne, also auf allen Beschlüsse, die der Ständerat gefasst hat, plus die Anträge bei der Finanzkommission in die Diskussion führen müssen. Was heisst das? Sind Sie gut aufgestellt? Ja, aufgestellt sind wir sicher gut. Es ist auch nochmal Diskussion. Es wird gegenseitige Vorwürfe geben, wer jetzt schuld sein soll, dass diese Situation entstanden ist. dann nimmt es eigentlich nichts. Ich bin der Meinung, wir müssen uns um die Sache kümmern, dass wir gute Entscheidungen bringen, die langfristig verheben und dann, wo wir etwas Gutes für das Land und die Bevölkerung tun. Letzte Frage. Landwirtschaft. Wo soll die Landwirtschaft her? Man kann auf deiner Seite übrigens nachlesen, Marco Sitter, du solltest das auch ganz klar dokumentieren. Du machst auch kein Geheimnis, du stellst eigentlich alles offen ins Netz, oder? Genau. Wo soll die Landwirtschaft her? Für mich ist wichtig, unser Hauptauftrag ist die Produktion von Lebensmitteln. Das ist die Kernaufgabe, die wir haben, gesunde, regionale Lebensmittel. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir uns auf den Markt ausrichtet, schauen, was sind die Bedürfnisse der Konsumenten. Auch probieren, dort da zu produzieren, wo die Nachfrage da ist und dort Wertschöpfung erzielen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, das ist der Hauptauftrag. Und dann gibt es den Auftrag der Gesellschaft, den wir ebenfalls erfüllen. Das ist auch in der Bundesverfassung im Vorgesehen. Erwartungen an uns, Biodiversität, Landschaftspflege und alle die Aufträge, die wir haben, die auch gewünscht wären, Pflege auch von der Alpen, Sommerungsgebiet. Die Leute haben die Freude, wenn es Blumen und wenn es auch schöne grüne Wesen sahen. Das gehört auch dazu. Das muss man auch erfüllen. Und ich denke, es sind die zwei Schienen, die wir gemeinsam vorantreiben. Für mich ist Bauernpräsident wichtig, dass dann am Schluss die Landwirtschaft auch ein vergleichbares Einkommen hat mit den anderen Bereichen. Sonst wären wir langfristig die junge Generation nicht motivieren können, auch die ganz guten Menschen in der Landwirtschaft, dass dort bleiben. Die Bede.